hallo meine lieben heute habe ich ein ganz leckeres und richtig schnelles rezept von gegrillter paprika gefüllt mit feta mit knoblauchmand und kräutern richtig richtig lecker und vor allem sehr schnell gemacht viel freude beim anschauen und bitte vergessen sie nicht meinen kanal zu abonnieren vielen dank dafür braucht man 200 gramm käse in salz leg greift ich habe hier das mit kuhmilch ich habe ich werde das so mit gabel zerkleiner jetzt gebe ich hier dazu 200 gramm schmand dann feta ist schon gesalzen aber ein bisschen salz kann man trotzdem noch dazu geben ich habe hier einen halben weniger wie einen halben teelöffel salz und pfeffer etwas grün ich habe hier tiefgefrorenen schnittlauch zu zwei esslöffel ungefähr und eine knoblauchzehe alles gut verrühren jetzt habe ich hier eingelegte gegrillte roter paprika so sieht aus man weiß nie wie viel drin sind ich hole mal eine vorsichtig schon gerissen nicht gut aber trotzdem machbar und fülle das mit der füllung immer ein also normalerweise gehört sich nicht dass sie so auf ist hier vorne diesen gegrillten paprika gibt es in größeren geschäften wie lidl also lidl hat es auf jeden fall und größere geschäfte wie matt kaufen rewe so lege ich das schön hin schaut mal wie unterschiedlich die sind hier sind ganz kleine und hier ganz große muss man am besten alle vor sich hinlegen dann weiß man wie viel wohin rein gehören dann verschätzt man sich nicht mit erfüllung ganz einfach und so lecker also man kann es einfach so essen oder zum fleisch oder zum einfach zu nudeln richtig richtig lecker und die machen sich auch richtig schön auf dem tisch die haben die hülle immer noch so ein bisschen übrig gelassen normalerweise habe ich das noch nie gesehen also ganz komisch das habe ich jetzt im russischen geschäft gekauft und da ist die paprika bissel dunkel noch ich habe sie hier auf dem teller wie eine blume hingelegt habe hier zum glück noch ein paar oliven gefunden schwarze sieht richtig schön aus wenn es da dabei ist so ciao 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 Vielen Dank.